Wir haben uns die offensichtlich gespielt habt ihr. Ich hab' auch Zeit. Ich hab' geboten. Da gehen wir nicht. Ich hab' geboten. Ich muss sagen, wenn jetzt keine größeren Gegner kommen, dann bin ich allein durch. Positiv. Da kommt natürlich noch was größeres. Ich muss da noch kommen. Immer wenn sie kommen, schreien wir dann ganz laut. Was ist das eigentlich für Zahlen da rechts? 49, 37. Ich weiß nicht. Die AP. Rein da kommt. Da oben. Hapien, Hapien, Hapien. Eine Menge. Aber Fire in Malaysia. Flakmeister. Ich habe hier die Schreien auch so ein bisschen. Hä? Wieso? 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 Ich glaube, Steven schießt gerade auch den Doppel-Schuss. Ui, was ist man die denn jetzt? So, was kommt als nächstes? Welcher Mob kommt als nächstes? Oh, das ist Jens, ich wollte schon wieder auf mich zu schießen. Kannst auch von Leuten auf mich zu schießen. Oh oh. Was denn? Nein. Aber diesmal können sie schießen. Ja. Das geht halt auf den Stein. Da läuft ne Harpy auf dem Boden. Ich wusste gar nicht, dass die laufen können. Gnaa. Gnaa. Okay, jetzt kommt wahrscheinlich das. Wir haben auch bei so Knau. Scheibenkleister. Einfach Granatwerfer die ganze Zeit. Hin, hin, hin. Lol. Achso. Kommt jetzt nicht nochmal so ne Welle? Muni 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 muni. Ne, jetzt glaube ich ist Schluss. Es kommt noch ein übertriebener Boss, wo wir alles dann verrecken. Äh, wir sind bisher noch nie an einem Boss. Wollte auch grad sagen. Ich bin gestorben. Aber voll. Volle Kanne. Wie das grad so geil aussah. Ist hier nicht irgendwo auch irgendwie so ein Geheimdienst oder so? Was kommt jetzt? Ich schieß mir einfach mal auf die Mauern hoch. Das Ende? Oh Enderman. Shit. Haha. Ah, man kann sie auf die Mauern hochschießen. Ich bin getötet worden. Jetzt kommen mehrere. Jetzt kommen sie so vereint. Oh, einfach Granaten. Beziehungsweise Raketen. Oh, ich bin so ein Idiot. Aua. Hey Edel. Mr.Pugman hat sich in fest gesprengt. Ich hab mich nicht selber in fest gesprengt. Ah, wo? Oh. Oh. Also kommen die auf einmal von der selben Seite. Mit einer Fettkultur. Genau. So. Kommt einmal, einmal. Weg. Weg mit dir. So. Oh. So kann ich hier auf einmal nicht mehr hochsprengen. Gegenwässer. Ja, ich verrecke. Ich verrecke. Ich verrecke. Ja. Super. Super Jens. Ich bin doch nicht verrenkt. Boah. Langweilig. Hey, da gibt's wieder. Na, so ist jetzt das nächste. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, genau. Genau. Sporn in mir drin. Was denkst du denn, Marc? Oh, jetzt haben wir hier auf. Wir haben's geschafft. Jetzt geht's direkt von unseren Nasen wieder zu. Aha. Boah. Hä? Das ist Zeitbonus. Geschätzte Zeit. Ey, ne Stunde. Wir haben's dann vor 13 Minuten geschafft. Ähm. Ja. Steht hier. Ja, die Aufnahme ist... Ist die das? Ja, wir sind jetzt der nächste Devil. Wir sind da hinten angefangen und... Oh 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 oh. Crazy. Ah! Ey, fällt runter! Das ist... Ey, alles klar. Ey, schießt auf mich! Wah! Ah! Wann gedenkt die mir zu helfen? Ach, diese... Die ist viel... Oh oh. Ist da die fette Idee? Nee. Aber da ganz hinten ist die. Ja, da liegt sie. Wo? Den Gang... Den Gang weiter hinten zum Palast. Da liegt sie. Boah, Digga. Und was? Zu Marcel da hinten? Äh, zu mir. Wow, der hat neben mir so ein Riesenteil gespawnt. Da. Oh, ich liebe die. Die ist... Die ist so geil. Kann die nur einer haben oder alle? Jeder kann... Jeder kann alles haben. Wo ist die denn jetzt hier? Ah, da. Hä, wo ist die denn? Ah, da, 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 da. Nein! Nein! Zell! Nein! Ach, da! Du musst nur daran glauben! Warum höre ich mich gerade... Höre ich das, was ich von einer Minute... Von einer Minute... Von einer Minute... Von einer Minute... Äh... Vielleicht wenn ich gerade... Aufnahme... Nein! Nein! Nee! Jetzt schlusser Spieler. Will jemand anders aufmachen... Da sind wir wieder... Ja... Ähm... Was? Ich hab sie jetzt. Wow! Wow! Direkt vor mir ist so ein ganz fettes Teil. Ich hab sie schon... Ich hab sie schon... Marc, du hast da was hinter dir... In deinem Rücken... Was? Was? So ein hässliches Viech... Oh, sinnvoll, ne? Bei den Dinger baue ich auch... Oh, die treffen alle... Bam, 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 bam... Das macht ihr nicht... Da-dam, dam, dam, dam... Da-dam, dam... Können weiter... Warte... Ich komm jetzt... Geht der uns? Was schaffst du, Junge? Bisschen Geld hier... Wie kommst du darauf, dass es hier Geld gibt? Oh ne, es ist wieder das gleiche, ne? Es ist wieder... Egal... Egal... Es wird nochmal... Einmal kurz anders... Amokläufer! Was erwartet man von diesem Spiel? Es ist einfach nur ein Jettisch... Taliban... Ihr solltet den Amokläufern... äh, besser in die Füße schießen... Dann bleiben sie nämlich nur stehen... Äh... Sind sie sowieso beeinflusstod? Nein, sind sie nicht... Wenn du den in die Füße schießt, dann nicht... Wenn du den in die Füße schießt, dann nicht... Du musst dir immer kurz Schody explodieren lassen... Ja, ich... Also wenn... Ohhhh... Näher ran... Diese ästlichen Skelettviecher klingen echt... Irgendwie so... Wie so ein Pferd... Wow... Aua... Wolle umgerannt... Jo... Achso, wenn ihr den Typen ins Bein schießt... Dann bleiben sie stehen... Und dann explodieren... So... Hi... Gut noch... Da kommt was Großes... Ne... Wie sie alle mal auf und zurollen... They see them trolling... Oh, dass es der bunt ist... Bissi wer was? Bissi wer was? Brauchst du nicht mitspielen? Ah, jetzt wird's lustig... Ah, das Muni... Das Muni-Dings... Da haben wir endlich für alle Waffen wiederbunden... Für die Kanone gab's da gerade schon... Jaaaa... Wo ist denn Dings? Hier, bei mir... Guck auf Dings... Tab, mach Tab und guck... Spielen... Da hinten, hinter der Säule... Oh, da hinten ist auch noch was... Ah... Hier ist doch ein Geheimgang oder irgendwo... Vielleicht... Wie dort? Ist hier ein Geheimgang irgendwo? Oh, warte mal... Hier, guck mal... Hier ist so ein Tempel... Mit auch noch nem Rucksack... Hier ist ein Teleporter, oder? Geh ich echt gar nicht rauf... Äh, was ist das denn? Aber man muss diese aktivieren, diese Dinger hier... Mit Schreckstück, oder wie? Sie sind... Äh... Nein, einfach draufstellen... Sie sind an jedem so'n Ding... Ich geh jetzt rüber... Hilfe! Da ist schon wieder ein Rucksack... Jo... Ich... Du aktivierst, ne? Was ist da hinten rechts in der... Da ist auch noch ein Rucksack... Was ist das? Rüstung... Cool... Oh, morgleufe... Das ist auch noch ein Muni-Pack Wann ist das schon drei, oder was? Noch eins. Ich sehe doch da unten im Chat. Ja. Ist auch noch so ein Muni-Ding? Das sagten wir doch ganz am Anfang schon. So, alle fertig. In der Mitte ist ein Herz. In der Box. Wir werden für Skype abgeben. Äh? Ist das Hellpack hier, oder was? Jo. Mich auch. Besser? Marius? Mhm. Lebt der wieder? Hier ist noch ein Muni-Pack. Jo. Oh, fu. Oh, in der Mitte. Boah, das ist ja ordentlich, was hier aus dir liegt. Da kommt jetzt... Sollte jetzt irgendwas kommen? Jetzt kommt bisschen was Fettes. Hoffen sich. Kugel? Boah, boah, boah. Voll ins Gesicht. Und tot. die aufladen ja längst gedrückt halten ja dann roll den nicht immer so kommen die live anzeigen sind übrigens im cross herrn im cross sind die leifer zeigen das heißt wenn das cross herr gelb ist dann haben sie noch mit wenig leben Brot kaum leben ja das ist aber schön dass es auch aufgefallen ist ja das wollte ich noch mal so gesagt haben für diejenigen die es noch nicht gewusst haben Achso es noch nicht gewusst? Pssst 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 Da kommt er in der Wüste Wo spielt er denn? Er spielt nicht in der Wüste Überall nur nicht in der Wüste Ja, du hast ja eh eine Känze, gell? Liegt da an dem tollen David X. Er springt hier mal runter Da gehts runter Da gehts runter Maustaste 3 Das was? Was ist denn, du Weihnachtsmann? Achja Go Weihnachtsmann Aha, das hat ja so klein gedauert, oder? Oh, nee, ja Egal, es war ein anderes Musik Magma Viech Auf den Knopf gedrückt Habt ihr, also in jedem Tempel muss man, habt ihr beide Katze aktiviert? Oh, Kugeln Ich hab schon volle Wo gehts Kugeln? Hast du Hebel gedrückt, ja Auf Hiss Physik W Style ... ... ... ... Oh Können wir wieder irgendwas Neues haben? Neues Monster Kugeln, Kugeln, Kugeln Jungs, wo seid ihr schon? Wir sind nur noch gegen Oh 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 Scheiss Oh 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 Ich logge sie einfach zu euch, ist mega Aufsteht hier ein Gegner drin Hä Nein Oh 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 Oh